Die Harry Potter Filme wurden an ganz vielen verschiedenen Orten auf der Welt gedreht. Einer davon ist Oxford. Alte historische Kirchengebäude oder Unigebäude haben als Kulisse für Hogwarts gedient. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht. Die erste Station liegt in der Bodleian Library. In der Divinity Hall wurde unter anderem für die Hogwarts Krankenstation gedreht. Die New College Cloisters dienten als Kulisse für den Streit zwischen Harry und Malfoy, bei dem Malfoy am Ende in ein Frettchen verwandelt wird. Die Treppe der Christchurch kommt öfter vor und es ist total beeindruckend, wirklich da zu sein. Zum Schluss sind wir noch in die Great Hall der Christchurch gelaufen. Hier wurde zwar nicht gedreht, aber der Essenssaal in Hogwarts wurde nach diesem Vorbild nachgebaut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo oder ein Like bei Facebook.